Nord Nord Halleschön und Willkommen zurück! Wir suchen die Hürde vom alten T-Tours. Nord 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 East East Ich gehe nicht mehr um die ganzen Skelette hier zu plündern extra, weil so viel wert ist das, was da drin ist, nicht. Aber wenn ich was... Wenn ich drauflaufe, dann nehme ich doch mit. Ach, die Straße ist da. Ich habe mich schon gewollt. Ah, was seid ihr denn für Hübsche? Banditen Keine Zeit für euch. Halt die Klappe bieten! Du störst die Stimmung! Über den Fluss Hier sind wir ja wild im Kreis gelaufen bisher. Ich bin sehr gespannt, ob wir auf der Suche nach Titus auch noch ein bisschen anderen Krams finden. Hallöchen, was bist du denn? Ein Baum! Ein Baum! Das vertragen Bäume nicht. Oh ja. Bäume haben zwar eigentlich auch keine Augen. Au! 369 damage 506 damage Der Baum hat einen ganz schönen rechten Haken. Aber er verträgt auch echt kein Feuer. 500 Schaden ist das pervers. West 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 Da ist der Winnie Bluff, den wir schon mal gefunden hatten. Und hier ist dieser ganze Ticket-Ihrgarten, durch den wir schon mal gestalpert sind. Hier geht es weiter. Ich gucke immer mal wieder nach links und rechts, ob wir irgendwie noch Winnie Bluff finden oder diese... Zwei Bäume auf einmal? Nee, heute nicht. Da fällt mir ein... Den haben wir mal ein bisschen hochgeheilt. Oh, da ist jedenfalls eine verlassen Hütte. Oh, ja, dann war das die Hütte, die hatten wir schon mal gefunden. Aber ohne die Quest kann man da anscheinend nichts machen. Den Beacon haben wir aber entweder schon bekommen oder halt jetzt durch die Quest. Keine Ahnung. Das könnte gut sein. Und ich auch. Das könnte gut sein. Und ich auch. Also ich mag sie immer noch, obwohl sie... Aber wie gesagt, hier sind ja alle sehr... sehr starkes Klischee und insofern... Dann finden wir mal den Key. Und da ist... Da ist dein Buch, Titus. Er hat den Key verloren, weiß aber sehr genau warum und hat ihn dann nicht... Ich muss es mal jeden Fläche... Gibt die Sache dann mehr denn? Äh... Da. Ach ja, die haben wir mal umgebracht... Und die auch. War nicht so schwer. Okay. Okay. Oh. Oh. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verzüchte ich. Oh, dann nicht. Kommt ja so ein Zauberer und bringt dann ein paar Spinnen mit. Scheiß Haustübe. Aber die Stimme von dem Kerl ist schon nett. Da, nimm mal das. Ja. Ja. Oh, ich find hier schon so, so wie der davor sich hin... Grauend ist schon gruselig. Faded in jetzt. 380 Damage. Rest in pieces. In kleine pieces. Ja. Ja. No. No. Hier geht's auch nicht so richtig weiter. Irgendwie muss man doch da in diese letzte Ecke kommen. Okay, haben sie... Oh, wir müssen die Silver nicht nochmal selber suchen. Die sind sehr schön. East. East. Iiii. Sieben Killer Westen. Okay, friend. No. Da ist die Challenge accepted. 87 damage, 29 damage 40 damage, 21 damage, 34 damage 1. was für ein Schaden, 2. was für ein ekliges Geräusch Das machen wir gleich nochmal 20 damage, 21 damage, 40 damage Hoffentlich kratzt uns niemand ab hier In diesem Fliegengestöber 26 damage, 29 damage, 35 damage 5 Punkte, oh Da hab ich aber irgendwas richtig verbrochen Checkt Ich bin in der grünen So, den Healing Rain stärker machen ist bestimmt ein guter Plan. Ach, nur einer von euch Flitterzüten. Ist da gerade jemand an Gift gestorben? Wochenbar bin ich an Gift gestorben. Aber wenn mich nicht alles total täuscht, müssen wir ja eh zurück. Okay, merke ein bisschen auf Statuseffekte mehr achten, weil die können auch mich töten. Ah, ist immer ein bisschen schade, wenn man so aus der Atmosphäre des Gebiets rauskommt. Wenn man hier einmal durch den Bronnenplanschen geht, nasse Abdrücke auf der Tempeltür hinterlassen und wieder verschwinden. Ja, Cass ist sehr gut. Genau, das war hier da. Und, okay. Höchst du eine Wolfsöhle? Moment. Ja, ich höre eine Wolfsöhle! Und wie das klingt zusammen mit der Musik. Oh, ist das so gruselig. Lass mich durch, ich will Würfe jagen. Hallo Ranger, vielleicht hilft der mich. Ja. Ach du liebes bisschen. Oh cool! Jonathan und ein Ranger. Der Wald unterstützt uns. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Vier Mietwölfe und ihr Alpha. So. 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 Sonnenker rougeern. ... Oh und dazu die Wolfs emotionale die ganze Zeit. Das ist gruselig. 56 Damage, 80 Damage. 47 Damage Ein bisschen schade ist natürlich, dass wir jetzt Messiahs nicht dabei haben. Der hätte... Okay, der ist schon ziemlich am Knie. 43 Damage Das heißt, er hätte jetzt wahrscheinlich noch was dazu gesagt gehabt. Schade, aber nicht zu ändern. 49 Damage 45 Damage 171 Damage Kleine Beschwörung gefällig 145 Damage Aue 62 Damage Okay, die vertragen ziemlich viel Feuerschaden. Ah, der Alpha ist tot. Sehr schön. Sehr schön. Gut, was für's. Und noch nie. 1 1 10 0 0 1 0 0 0 Ja, halt nur. 50 damage ja vorbeischlagen, sehr schön 60 damage 107 damage der Eiszauber macht ein bisschen mehr Schaden und der Lightning Zauber, auch wenn er nicht so stark ist 37 damage große Failing Party 67 damage, 74 damage, 34 damage 52 damage 89 damage 89 damage 90 damage na komm schon ich will weiter kämpfen was ist das denn? was ist das denn jetzt? 35 damage 50 damage iiih warm hmmm now that we've slain the alpha the creature should be much easier to manage it's good fortune that you were here to help you've done the forest a great service let me repay you i know many secret paths in the forest perhaps they can help you in your travels oh secret paths oh cool das ist ja cool so wohin können wir denn fast travel oh cool sehr schön schöne Quest wie gesagt mit Messias hätten wir bestimmt jetzt noch einen netten Spruch gekriegt oder so aber auf jeden Fall schöne Quest und schöne Belohnung so und damit gehen wir in die nächste Folge wenn wir in die Kanalisation gehen und Tito suchen bis dann